Heute Outfit Check mit? Cecile. Boah! Wir fangen oben an, äh, unten an bis oben. Wie teuer ist deine Schuhe? Äh, meine Schuhe haben 200 Euro gekostet. Boah! Und deine Hose? Äh, die hab ich letztens in Dubai gekauft für, ich glaub, 1500, irgendwie so war das. Boah! Und wie teuer ist deine Pulli? Boah, den hat meine Mutter mir gekauft, aber ich glaub auch so um die 300 Euro. Boah! Und wie teuer ist deine, ist deine, ist deine, ist deine, ist deine, ist deine Tasse? Äh, die war letztens im Angebot, 1500. Ey, Leute, rate mal insgesamt, wie viel ist das und sagt das in Kommentaren. Heute Outfit Check mit? Emily. Und wir fangen von unten an bis oben. Wie teuer ist deine Schuhe? Die waren, glaub ich, 120 Euro oder so. Nicht so teuer. Boah! Nicht so teuer? Und wie teuer ist deine Hose? Die ist Maßangeschneider, die hat, glaub ich, 450 Euro oder so gekostet. Boah! 450? Und wie teuer ist deine, deine kleine Kleinodon? Aber das war nicht so teuer, als hat, glaub ich, 200 Euro oder so gekostet. 200 Euro? Boah! Und wie teuer ist deine, ist deine Jacke? Die hat mein Vater Milchgold, aber die liegt auch so zwischen 200 und 300 Euro. Boah! Und wie teuer ist deine, ist deine, ist deine Rocksack? Was denkst du? Das ist Louis Vuitton. 1700 Euro. Boah! Oh mein Gott! Boah!